Ein Begriff bleibt übrig, Thomas. Dieser Begriff heißt nun, Vorsicht, man kann auch Gesten machen, ohne es mit den Händen zu machen. Dieser Begriff heißt nun, Zunge. 40 Sekunden Zeit, ich guck genau hin. Ruck, zuck. Geschmack auf der Zunge. Ein Punkt. Damit leckst du. Zunge? Ja. Zwei Punkte. Bitte auf der Zunge. Drei Punkte. Punkt, Punkt, Ragout. Fleisch, Rind. Und dann in der Fresse. Heiß, Käse. In der Fresse, Punkt, Punkt, Ragout. Zunge. Ja. Drei, zwei, drei, vier Punkte, acht Punkte. Nach zwei Runden, sechs Punkte, Herausforderinnen, acht die Champions.